Und damit herzlich willkommen an alle Chikos und Chikas draußen, der Skylands noch standen und wir haben ja keine Runde. Let's Play Mini Abo Special sozusagen. 150 Abonnenten, vielen Dank dafür. Und ich habe so eine kleine Sache vorbereitet für euch. Ich habe damals schon Montaging gemacht. Er hatte nicht nie geredet dafür, also wurde es mit einer Kamera aufgenommen. Die Originalmusik habe ich davon runtergenommen, weil... Ja, GEMA und sowas. Aber ich hoffe, euch wird dieses wunderschöne Videomaterial gefallen. Und es wird sehr peinlich für mich. Seht meine Anfänge in Halo Montagen an. Und bevor ich jetzt weiter rumlabere, viel Spaß beim Gucken. Und ja, ich habe noch einen zweiten Teil. Wenn ihr diesen auch noch sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Und dann wünsche ich jetzt viel Spaß dabei. Willkommen auf meinem Spielplatz. Es ist an der Zeit für Small Feather Games. Und die Knarre liegt bereit, ob bei Call of Duty oder Battlefield. Ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los Diabos, hebt ihr Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt. Du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, ey, ist hier das Alpha-Tier. Das ist der Halo-Effekt. Das ist der Halo-Effekt. Das ist der Halo-Effekt. Das ist der Halo-Effekt. Ich will dir das letzte Mal. Das ist der Halo-Effekt. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.